Herzlich willkommen zur ersten Videolösung. Die Aufgabe ist die Welle auf dem Kreisring. Der Kreisring ist ein Ring mit einem Radius R und am Punkt A regen wir eine Schwingung an, fragen im ersten Aufgabenteil, wie die Welle in B aussieht und im zweiten Aufgabenteil, unter welchen Bedingungen wir stehende Wellen auf diesem Kreisring haben können. Normalerweise haben wir unsere Ortskoordinate x, das wäre hier entlang des Umfangs auf diesem Kreis und mit dem Radius R und dem Winkel Phi hier haben wir x gleich R mal Phi. Wenn wir bei A eine Schwingung anregen, mit einer Frequenz Omega, die wir gleich benutzen, dann wird eine Teilwelle in positiver Richtung um den Ring laufen und eine Teilwelle in negativer Richtung um den Ring. Die positive nenne ich Xi plus, die negative nenne ich Xi minus. Jetzt werde ich Xi plus und Xi minus als fortlaufende Welle schreiben jeweils und wir kennen aus der Vorlesung, eine fortlaufende Welle hat ein Argument K mal X minus Omega t und eine rückwärts laufende Welle K mal X plus Omega t. Ich habe jetzt hier die rechtsrum laufende Welle Welle Xi plus als Cosinus von Kx minus Omega t und Xi minus als Cosinus Kx plus Omega t. Für das X0 hier kann ich ohne Beschränkung der Allgemeinheit X0 gleich 0 einsetzen. Das X1 hier ist jetzt wichtig, weil die Welle Xi plus, die läuft bei X0 gleich 0 los. Hier, da ist Phi gleich 0. Bei X minus ist Phi aber schon 2Pi und läuft dann in umgekehrter Richtung. Das heißt, ich laufe hier bei X1 gleich 2Pi r los in diese Richtung. Also hier ist der Punkt A, hier in der Mitte ist irgendwo der Punkt B und hier sind wir wieder am Punkt A. Wir haben periodische Randbedingungen da dabei. Das heißt, ich kann jetzt hingehen und kann mein X gleich r mal Phi hier einsetzen und kann also die ganze X-Abhängigkeit da eliminieren. So, mit dem Einsetzen haben wir hier oben dann Cosinus K mal R mal Phi, während uns X0 ist 0, haben wir das Ergebnis minus Omega t. Wenn wir hier einsetzen, haben wir K mal R mal Phi minus K mal 2Pi r für das X1 plus Omega t. Jetzt gilt, dass die Gesamtwellenfunktion Xi die Summe von Xi plus plus Xi minus sein wird. Und jetzt muss ich, um die beiden addieren zu können, das Additionstheorem vom Cosinus kennen. Und zwar ist der Cosinus von Alpha plus dem Cosinus von Beta gerade 2 mal dem Cosinus von der Summe der halben Winkel mal dem Cosinus von der Differenz der halben Winkel. So, wenn wir das Cosinus-Theorem jetzt auf die Summe von Xi plus und Xi minus anwenden, bekommen wir also 2 mal Xi 0, dann den Cosinus von der Summe der beiden Argumente geteilt durch 2. Das heißt, K mal R mal Phi gibt es 2 mal, durch 2 bleibt 1 übrig. Minus K pi r, das kommt von dem hier, geteilt durch 2 mal dem Cosinus, jetzt ist es mit dem Omega t genau das gleiche, Omega t minus Omega t 2 und durch 2 dividieren, bleibt minus Omega t übrig. Und wir haben plus K mal 2 pi r halbe, gibt den Term hier. Jetzt können wir das einfach zum Beispiel an B auswerten, um den ersten Aufgabenteil zu beantworten. Wie sieht diese Welle am Punkt B aus? Das ist ja nichts anderes, als wenn wir die Welle am Punkt Phi gleich Pi auswerten würden. Hier sind wir gerade bei Pi mal R, also Phi ist gleich Pi. Und dann erhalten wir durch Einsetzen die Lösung. Also wir haben hier den Cosinus von 0, weil K r Phi gleich Pi sich gerade mit dem Term weghebt. Das heißt, dieser Cosinus ist gerade gleich 1. Das Ganze ist der Amplitudenterm, der dann 2 Xi 0 ist, also maximal. Und hier steckt noch die Zeitabhängigkeit. Das heißt, hieraus folgt unmittelbar, dass wir im Punkt B einen Wellenbauch haben. Weil wir konstant, maximal sind mit der Amplitude, die nur zeitlich variiert wird, Wellenbauch in B. Als nächstes gilt die Frage zu beantworten im zweiten Teil, was haben wir für eine Stehwelle auf diesem ganzen Ring. Und dafür müssen wir uns überlegen, dass wir verlangen müssen, dass diese Welle Xi an jeder Stelle Phi gerade gleich der Welle ist, wenn ich Xi bei Phi plus 2P auswerten würde. Ich habe periodische Randbedingungen, das heißt, die Welle muss immer vielfache von 2P sich wiederholen. Wenn der Term hier für Phi und Phi plus 2P gleich sein soll, dann muss also K mal R mal Phi und K mal R mal 2P zum gleichen Ergebnis führen in dem Cosinus. Also muss K mal R mal 2P gerade ein ganzzahliges Vielfaches von 2P sein. Also muss K mal R eine ganze Zahl sein. Und damit folgt jetzt direkt aus der uns bekannten Beziehung zwischen der Wellenlänge und der Wellenzahl, nämlich Lambda ist gleich 2P geteilt durch die Wellenzahl K. Wenn ich hier für K einsetze, N geteilt durch R, 2P mal R geteilt durch N. Und dann ist 2P R nichts anderes als der Umfang U unseres Kreisrings. Und andererseits haben wir auch noch für die Kreisfrequenz Omega, mit der wir hier die Anregung in A machen. Die Beziehung, die wir kennen, Omega ist die Phasengeschwindigkeit V mal der Wellenzahl K. Und wieder setze ich für K die ganze Zahl geteilt durch den Radius R des Kreises ein. Also V mal N dividiert durch R. So, mit dem, dass wir das Ergebnis gefunden haben, möchte ich nochmal schauen, was die wesentlichen Teile waren, die wir gemacht haben. Wir haben das Problem so gelöst, dass wir zunächst diese Anregung mit zwei Teilwellen betrachtet haben, die in positiver Richtung lief hier. Dieses C plus hat Kx minus Omega T, die in negativer Richtung laufende Teilwelle hat Kx plus Omega T. Das war ausschlaggebend, dass wir die beiden fortlaufenden Wellen jetzt addieren konnten zur Gesamtwellenfunktion Xi. Und diese Gesamtwellenfunktion ist jetzt selber eine stehende Welle. Und das Einzige war jetzt, diese an zwei Punkten auszuwerten, nämlich am Punkt B, wo wir dann den Wellenbauch gefunden haben, und zum anderen an irgendeinem beliebigen Punkt und dem periodischen, bei dem Punkt plus 2 Pi, und dann zu finden, was für eine Bedingung es gibt an die Stehwelle. Und das ist die, die wir hier sehen, dass die Kreisfrequenz nämlich die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle in dem Medium sein muss und dann eine ganze Zahl dividiert durch den Radius. Anschaulicher vielleicht ist es zu verstehen, was wir hier gefunden haben für die Wellenlänge Lambda, nämlich, dass eine ganze Zahl von Wellenlängen in den Umfang U passen muss. Ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht und Sie haben ein paar Einsichten bekommen und freue mich auf die nächste Videolösung.